Hallo, wir sind hier auf den namenlosen Tagen in Sieke im Jugendhaus. Wir haben hier eine Rollenspielveranstaltung mit ganz viel Brettspiel, Rollenspiel, Tabletop und alles, was ihr euch so wünscht. Dafür haben wir einige Supporter, die euch unterstützen mit Regelerklärung. Und falls ihr vielleicht einen Charakter zeichnen lassen wollt, haben wir auch eine Künstlerin da, die das für euch macht. Und heute Nachmittag ist unser Highlight die drei Lesungen von Tom Daut, Thomas Finn und Karl-Heinz Witzko. Und wir freuen uns besonders auf Tom Daut, der seine Lesung mit einer sehr witzigen akustischen Untermalung gleitet. Ja, wir sind bei namenlosen Tagen in Sieke immer sehr gerne mit dabei, weil das einfach eine kleine, knuffige Veranstaltung ist. Das hier ist nicht ganz so voll gestellig auf einer Veranstaltung. Und man hat viel Platz, hier kann man mehr sich mit den Leuten unterhalten, hat auch mal Zeit, mal woanders nachzugucken, was sonst so gespielt wird. Und ich finde es einfach persönlicher hier. Und deswegen sind die namenlosen Tage immer ein besonderes Event. Ja, wir haben gestern Abend um 18 Uhr angefangen und wir enden morgen, also am Sonntag um 18 Uhr. Dann sind wir genau 48 Stunden und wer morgen nochmal Lust hat, spontan vorbeizukommen, der kann sich auch freuen, weil morgen kostet der Eintritt nur 1 Euro anstatt 5. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, bei den ganzen Supportern sich ein nettes Brettspiel erklären zu lassen.